Ich nehme die PIN-Karte, äh, ja, was? PIN, was? Was? Wie bitte? Äh, Reaktor, komm, boing, boing. Reaktor, ja genau, wir haben sich auch gebraucht. Ja, wir bauen einen Reaktor, ich bin gespannt, ob er es richtig macht. Ich überwache das Ganze hier. Mhm, ich schaue zu er. Ups, gib mir einen Bout. Nein! Ja, ich muss sagen, er ist eine kluge Bitch. Am besten machst du da gleich mal den Output. Genau das, was du gerade in der Hand gehabt hast. Machst du hier hin. Leuchten, das steht ja nicht. Den Reds, äh, den Output. Äh, wo ist das Ding? Output, der KD, ne, nicht da. Was? Darüber. Geht doch, ja. So, deswegen, äh, denk mir schon. Ja, denk nach. Ich kenn mir nicht aus. Äh, vollstrom. Das kommt oben drauf auf den. Wie soll das, ist wurscht? Jetzt hab ich mich wieder eingesperrt. Ach, hast du nicht gesagt? Der Druck, ich komm mit dem Druck nicht klar. Hahaha, jetzt ist das nicht noch mal zu. Hahaha, jetzt ist das nicht noch mal zu. Hahaha, haha, 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 haha. Den benötigen Strom. Hahaha, haha, 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 haha. Naja, das Problem ist, warum machen wir die ganzen Anschlüsse hin? Das ist eh so die Sache. Den Kontroller einfach dort fahren hin. Ja, wenn er da hat wo der, ja, ja. Der Schaft. Wo die Treppe ist, genau. Wui, der Kontroller hin. Und die Access Boards. So, die machst du links und rechts. Da ist es, wo die Löcher noch sind. Ja. So, und da müssen wir jetzt da auch noch wegräumen. ach man ich frage alles weg mein schwert egal ich habe doch was jetzt werden ja genau der könnte da jetzt die zwei noch und das ist fertig der kleinste reaktor der welt wo ist das um dort im euro ich habe ich habe ich habe ich habe ich immer kamen die gemassierte machte zu der der reaktor ist ziemlich dämlich war oder eigentlich weißer kummer niggens gescheitzt elke du kannst du kannst du nicht oben machen das ist das problem er will müssen wir mal wenn er größer wird dann kannst du weiter nach unten ziehen da machen wir so eine ebene wo man da hat kann als noch ein bisschen reizt und mit mit russiebeln bitte der kreiber kommen wird es geprüft erwarte ich habe ich habe nichts mehr abwechselnd so wirst du ich bin am besten du hast du auch bestürzt hat jetzt noch es gibt es gehört du die kärle sind achte es nur mit sonnen das schon er war der blutler n ist es noch ein bisschen gebraten haben oder nicht da war noch ein bisschen eine braune 7 möchten sie noch ein bisschen käse zum wein von ihnen nicht glauben sie wer ich bin oberkellner omega das ging so gut oberkellner omega ist jetzt ganz schnell damit haben das immer hintereinander bringt es aber langsam zusammen ob er keine omega gilt aber keine omega hier neue zungenbrecher so der reaktor ist wo ist zirka aus im system das system ist drüben das ist hier der stelle steht immer oben hin weil sie es ist gut hier und ja ich brauche das spitzende erde auch das auch noch so zu aufrufen groß wir haben sie haben ich sicher wo ist sie nicht um euch immer nie an da ist er hallo hallo und wir sagen super weg da hat er doch das sind gezeigter macht das muss so gut und bei sich nicht aufsatzte ist so licht aus wer warum wir jetzt 1.2 reaktor casings übel war das weil das ist ja um 1 nicht ausgegangen ist eines hat er noch und das heißt 3 sind überblieben weil aus einem krieg so viel 1 7 ob wir irgendwo ein elektrum vermutlich eventuell ja da vorne in der kiste ist ein elektrum und hat er nicht glas muss man ein neun stück bleibt hier stehen dem affenzucker was geht mir fahrbar kennst du den film den affenzucker jetzt habe ich so lange angeschaut habe ich es mir noch nicht ich habe es mir einmal angeschaut irgendwie voll naja klingt nach meiner biografie zentara lukas bei dir läuft der creeper herum da ist er bonsai attacke bonsai das erinnert mich an so eine dumme kinderserie tanze tiger krieger bonsai was ich weiß nicht wie du deine kindheit verbracht hast das ich glaube sie auf liebe sie auf das ist der strom ausgerüst keine ahnung brauchst du jetzt noch hart im glas ähm es geht noch welches ne es geht sie genau aus ja wie und jetzt musst du aber noch dings verbinden den grinder der ist schon verbunden ah der ist schon drin ja dann die portal die portal gun ich hole warte hat irgendwer von euch die portal gun oder ist der noch bei mir ne die müsstest du haben ja ist noch da ähm mit g helft du den auf den spawner hm ey warte wir brauchen noch einen tank und fluiducts und sonstiges ja wir könnten mal den spawner hinstellen kann man ihn schon holen gerne oder ja holen einfach mal ja holen mal die fackeln ja die fackeln müssen wir dann wieder dran kertzen ich hab zwei stück hui da klopft was auf die tüge ach du scheiße das lag so übel was ist lagd du lagst schon wieder das lagd überhaupt nicht ja das ding was ich gut aufhebe ja ja das ist jetzt komfort ähm kann ich da oben springen aber das ist loslos ja 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 und hängen warte jetzt hängst du das warte ja geh weg damit jup wieder hoch kommen da ist ja wirklich auch kaum obsidieren ja boh das ist der kniech ja hier da gehst du das aus ja äh jup so wow und tschüss wow so ich muss gar zu machen ja er hat schon mal fackeln dran so gut also warte 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 wir müssen noch weitere kommen wir jetzt hinlegen also wir müssen das voll machen na nicht voll aber so dass die range abgedeckt ist also dann baue ich da schon mal zu wenn sie dort mit warte 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 zu kannst du drei events hin setzen die sind leicht zu bauen wenn man wenn man mit bloßen sondern müsste zubefallen Er hat eh VW im Feuerfall geschlagen, aber... Egal. Hat Zahn schon genug Komme, ihr Pilz doch. Das schau, ich hink dir was. Wer hat eigentlich die Fackeln da hinten beim Grindr hinter? Ich weiß es nicht. Hey, der Creeper fährt zum Grindr... Ne, der Grinder funktioniert nicht. Ja, weil der Ding da nicht eingeschalten ist. Der Reaktor läuft, oder? Ne, der hat nur nachgefüllt. Ja, warte, das Einschalten machen wir dann, wenn alles verkabelt ist. Ja, gut. Da ist ein Spinning gespawnt. Da ist ein Spinning gespawnt. Spinning gespawnt. Ich spinne, die spinnt doch. Das ist aber sehr erstaublich. Du kommst auf den Server und in drei Folgen. Ein Generator, ein W-System... Das ist doch ein Power. Eine Genialität. Das war eigentlich längerfristig. Verdammt. Verdammt, wir wollten es bis Folge 5000 aussitzen. Ah ja, genau. So hunderte Folgen. Ja, wir haben einen Reaktor. Genau. Drei mal drei. Hä? Hundertfünfhundertste Folge. Ja, Stach, hm, soll ich das eher gerade machen, oder hm? Entscheidet ihr jetzt. 2000ste Folge, ja, ich bin mir nicht sicher, aber... Rufen Sie jetzt an. Rufen Sie jetzt an und erhalten Sie zu Ihrem Standardpaket. Einen Creeper gratis. Boom. Briefbomb. Ah, nein, das ist gemein. Das ist Bombe. Ah, ah, ah. Das ist... Er färbt schon auf, merkst du's? Ja, das ist wirklich sehr tragisch. So, tschüss Spinne. Ey, wir brauchen wir nochmal für den komischen Tank. Äh, wir müssen jetzt mal das Lava sein. Ne, wir brauchen fünf Oxidian, ne? Oder vier. Den Tank. Äh, vier. Und fünf Klarschirm. Ah, das ist ein Creeper. Hallo. Wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt so ein kleiner grüner Piss, das ist eine Likerafer hinten sprengt und in die Lava verkommen. Du wirst dich denn... Hast du eine Reaktion jetzt angemacht? Ne, ne. Nö. Gut, dann haben wir das mal. Aber... Was soll dir jetzt noch machen? Reden vielleicht, wenn du schon hier zumachst, dann hätten wir vielleicht die Fackeln gleich mal abnehmen können. Äh, vom Spawner. Das wird überschätzt. Hab's so gesagt, das stimmt. Ähm, das lass ich die Profis machen. So, fertig. Fertig zum Kopf. Drei Sekunden später. Aber die Fackeln da vorne, ja, okay. Wain. Ach, schaut. So. So, wir haben jetzt gleich ein riesen Loch in unserem Haus. Hundertprozentig. Warum? Was machst du schon wieder? Ja, weiß ich nicht, was du jetzt machst. Nicht sprengen! Ich hab's jetzt ja geahmacht. So, dann schalten wir das Ding an. Oh, halt. Ich hab's jetzt noch mal. Oh, halt. Ich hab's jetzt noch mal. Moment, 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 Moment. Wumm. Ja, jetzt ist das Haus weg. Ja, aber. Es lautet ja noch nicht auf. Kann passieren. Warum ist eigentlich gleich? 3, 2, 1. Aktiv! Oh Gott. Tausend Grad. Stimmt wirklich's. Oh Gott. Du hast irgendwas falsch gemacht. Der kriegt keinen Strom. Produziert ihr überhaupt Strom? Der produziert, ja, man. Ja. Der produziert, ja, man. Der produziert, ja, man. Werner, Werner 64. Platz. Rf. und aber er speichert nix ja weil es direkt reingeht aber dann müsst wenn das verbunden hast du müsstest im nächsten system auch schon funktioniert nicht so wirklich oder jetzt kann ich den ganzen schatz wegen nachverfolgen das natürlich gut macht lucas da schau mal da wenn man da nicht verbindet dann funktioniert das nicht doch das wird ja an die stürme als würde ich haben eben die portika durch den gang mit weg machen mit seiner ausgaben wo wir jetzt erstmal alles an schließen und dann drücken das ist nichts angeschlossen also dieser halt so ich bin von naturaus verplant ist gut gut zu wissen ich kauf den kalender das funktioniert hat sie die tage einfach nicht merken jetzt geht ja jetzt geht das ding ja wir haben immer aus dem und dreimal für kastor als gäbe ein bisschen was reinschmeißen lucas jetzt kann man ein bisschen was reinklassen so die partie kann einig schmeißen ich weiß nicht was nicht so gut ist wenn es so ist wir dann was nicht mehr wenn so schmiert und wenn der strom mal alle gilt dann haben wir es zwar noch immer aber wir kommen nicht dran meistens ein sehr schöner du es im e-system fertig hast und du weil ich jetzt denke ich anders der oder aktiver machte muss der kontroller wegsprecher dann liegen die discs aber um ja ja dies werden nicht da kannst du jetzt bauen eine bis zu dann bist du leicht gefickt aber leicht du musst jetzt so viel zeit zusammenkriegen von kontroller wieder bauen kannst ich mache schon mal um drei ebene dass man hier um noch können weil so ein loch in der küche ist noch nicht so die ganze verkauft der katzer war kisten hier stehen mit item aber das prinzip nill da noch hängt es dann auch fertig ja irgendwo kommt hast du ein blutig gemacht ja gut als wollte ich da machen Ups. Ey, Frühstück zahle ich noch einen Kopf für die Weizenplanung, die sind so halbautomatisch. Ja. Ey, wo habt ihr einen runtergegraben? Oh, auf jeden Fall nicht. Warte. Eins weiter da. Hier. Direkt. Ich hab's gefunden. Oh, die Spinne sind ein bisschen aggro auf mich. Aha. Mit dem Gesicht? Oh, du. Dam, dam, dam. Der war sowas von aufgelegt. Der war sowas von notwendig. Ah, hier. Wie war das nochmal? Slash-Band? Pass auf, ich kann uns selber abschalten. Oh, nein! Warum ist da ein Loch im Bauen und warum sterben die Spinnen nicht? Ja. Wahrscheinlich, da... ...weil der voll ist. Und so? Ne, und das hängt ja auch das mal. So. Ich würde sagen, wir rufen in die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Grinder läuft, auf alle Fälle. Echt? Oh, egal, warte mal. Ja, der Grinder spielt. also ich hab schon die menschen glück noch mal bis ins drin aber der arbeitet nicht ausgang verbunden mit einem alten doch ja item tut muss dran sonst funktionieren und erst oder truhe macht einfach so ohne kiste das baum ab da schau jetzt geht er auszieht das aber das energie darum drauf ich beobachte ja und das ist was da jetzt was da hinten ist die drei gedauern dann kann das hochziehen ich bin eine begrüße an der auftraten dann das sterben soll er ist so dass sie von mir umhörter wasser die sandpafla jetzt braucht man eigentlich nur mehr einen endermann ja genau dann können wir ein paar dinge sparen oder was das ist aber die kiste runtergeworfen oha da kann man von hinten in die mobbarm reingehen nicht gut wenn man mal exakt sucht so so gut bauen wir uns doch mal eine steppe hoch so ist er macht das licht machte blühe da mal mit dem rücken ob so wie schon gesagt das ist nicht und das ist halt das probleme wenn das drei leute sind es immer einen kräftigen der europa der reich am weg mit dem der kiste dran ob kiste dran gemacht der schönen eiter wird damit haben wir zum videoreaktor der kleinste reaktor der welt inklusive eines im system zu einem halben diertel achten 16 so das heißt wir kennen die ganzen maschinen jetzt auch anschließen langsam dies melder magma und ja ich glaube die stimmen alle durch ja und wir haben eine energy cell das ist schon mal beim reaktor gute idee er kann es kann sie gleich dazwischen setzen das scheiß tanchen geräusch ich will nicht aus sei what what you do also da sitz da kann man gleich die energy cell hinsetzen und der letzte dann wer findet ihr eigentlich mit dem sehe ich ja irgendwie würde es aber vorher das ding setzen ja sie zahlt da hin es ist eigentlich wurscht er und marschaufel besorgen eindeutig b er hat sowieso keine mehr die mensch auf er war blau das ist und musste er und in der uns in der holle als es ist klar die große brauchen die lade sind nicht lädt sicher wahrscheinlich weiß zu viel ist es wahrscheinlich oder hinten blau vor der raum er stimmt schon die wird wahrscheinlich keinen strom einfach sprechen können weil es zu viel verbracht ich stecke ich stecke ich stecke mal das im e-system auf wurde so ich habe es oft gesteckt das kann man zu verbrauchen jetzt jetzt wird es statt da hoch ja okay dann ist das im e-system das soll das unbedingt mit einer solarzelle machen wir nehmen übrigens immer noch auf also ich würde vorschlagen wir hören jetzt auf und machen dann höllentur also noch mehr hölle 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 ab in die hölle sehr schön na gut dann bis zur nächsten folge tschüss arrivederci und goodbye